Die Straße hinter mir ist gesperrt. Sie führt direkt zur Bilderbergkonferenz 2015 im Interalben Hotel in Delves in Tirol. Etwa 120 führende Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft, den Medien und aus der Wissenschaft versammeln sich dort in diesen Stunden. Ganz geheim. Deshalb sagen manche, die machen sich hinter verschlossenen Türen aus, wie sie die Welt regieren. Andere wieder sagen, das ist ein ganz normales, diskretes, informelles Treffen von Führungskräften. Ich meine, diese Versammlung, die Bilderbergkonferenz, hat das Potenzial, den Verlauf der Dinge in dieser Welt zu beeinflussen. Ich wünsche den Versammelten der Bilderbergkonferenz, dass sie sich ihrer Verantwortung bewusst sind. Und ich denke dabei an den heiligen Franziskus von Assisi, der vor etwa 800 Jahren an die Führenden der Gesellschaft geschrieben hat, vergesst nicht Gott und seine Gebote. Meines Erachtens kann man die Gebote Gottes in diesen Worten zusammenfassen. Mensch, bedenke, dass du die Aufgabe hast, Gott zu lieben und den Nächsten zu lieben wie dich selbst und mit der Natur verantwortungsvoll umzugehen. Ich wünsche den Teilnehmern der Bilderbergkonferenz, dass sie an Gott und seine Gebote denken. Dabei ist mir wichtig, dass eine ähnliche Verantwortung uns allen gilt. Ich bin überzeugt, wir sind nicht nur Marionetten der Mächtigen dieser Welt, sondern wir können auf vielfache Weise Einfluss nehmen. Deshalb haben wir Franziskaner in Delft zum Beispiel auch mit unseren Gebetsgruppen gebetet für die Teilnehmer der Bilderbergkonferenz. Denn ich glaube, dass wir mit unseren Gebeten den Führenden dieser Welt helfen können. Dazu gehören natürlich auch viele andere Aktivitäten wie zum Beispiel Bürgerinitiativen bis hin zu Straßendemos. Ich wünsche uns, dass wir erkennen, dass das, was Franziskus von Assisi den Mächtigen der Welt geschrieben hat damals, dass das heute uns allen gilt. Denke an Gott und denke an seine Gebote.